Mein Name ist Stefanie Fuchs, ich lebe seit zwölf Jahren mit dem Maasai-Volk in Tansania. Ich habe mich verliebt, geheiratet, bin Mutter geworden und bin nie wieder in mein altes Leben zurückgekehrt. Ihr könntest, also unsere著ie-Volk! Nöhe, 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 Nöhe! Nöhe, Nöhe! Nöhe, Nöhe, Nöhe! Nöhe, Nöhe, Nöhe! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020